Die Fledermausen Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Batman sollte sich nicht mit uns anlegen. Wir haben ihn gefunden, obwohl es ihn. Der arme Mann hätte sterben können. Ach ja? Er hat eine Frau, ein Kind. Die Pflanzen, die er zu Boden trampelt, haben auch Kinder. Die Sporen, die er einatmet und zerstört haben, nachfahren. Wieso soll es ihm anders ergehen? Ihr Menschen ignoriert doch, was vor euer aller Augen geschieht. Ich lehne es ab, das Wohlergehen der Pflanzen über das der Menschen zu stellen. Und deshalb verlieren sie. Es passiert mehr, als Sie sich vorstellen können. Alles ist miteinander verbunden. Joker, ich will, dass er gestoppt wird. Ich kümmere mich, Tom. 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 Schlaf schön, Benz! Helf mir! Hilfe! Holt mich heraus! Hör zu! Die Fledermaus kommt! Wenn du sie siehst, schick die nervenden Ärzte zur Hölle! So reißt doch das Ding da unten, oder? Ja! Mit denen geht's bergab! Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier! Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Joker will, dass er gestoppt werden. Ich kümmere mich darum. Joker will, dass er gestoppt werden. Ich kümmere mich darum. Wir haben ihn gefunden, obwohl es ihn. Der arme Mann hätte sterben können. Ach ja? Er hat eine Faust, ein Kind. Die Pflanzen, die er zum Boden trappelt, haben auch Kinder. Die Spuren, die er einatmet und zerstört haben, nachfahren. Wieso soll's ihm anders ergehen? Ihr Menschen ignorieren doch, was vor euer aller Augen geschieht. Ich lehne es ab, das Wohlergehen der Pflanzen über das der Menschen zu stellen. Und deshalb verlieren sie. Es passiert mehr, als Sie sich vorstellen können. Alles ist miteinander verbunden. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Er hat keine Chance. Keine Chance. Schnell ist ein leichter sein. Schnelles Das war Marie Die Geiseln sind noch in Gefahr. Ich muss sie retten, bevor ich weitermache. Die Geiseln sind noch in Gefahr. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sieh mal, wer unser Geheimlabor entdeckt hat. Da du schon so weit gekommen bist, sei mit dir, was ich gewünscht habe. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was ist das?